Hallo meine Lieben, willkommen zu unserem ersten Workout heute auf diesem Funktional. Wir fangen erstmal an, um den Körper zu erlernen. Wir abhören erstmal ein, geben hier Kniebeugel, strecken uns nach oben auf die Zehenspitzen und atmen wieder aus. Lassen uns fangen. Und nochmal nach oben, strecken, ausatmen, ein, erlernen. Noch ein paar Momente, fangen wir kassieren. Jetzt gehen wir in den Hüftreitestand, machen den Parken mit Beuge am Anfang. Schön mit den tiefen Armen nach vorne, gestatten im Tempo, zwei, zwei. Gehen noch, zweit, durch die Nacken und stiegen, und zwei, wieder nach oben, aber nach hinten. Noch ein, nach oben, guck, dass der Rücken gerade bleibt. Einmal her, jetzt geht es nach hinten. Nach oben, wechseln das Tempo, machen auf drei, eins. Gehen langsam tief und schnell nach oben, nochmal. Einmal, drei tief, eins ab, zweimal mehr. Guckt wieder auf deine Haltung. Einmal. Und machen wir das Zwischendurch-Passiv ist tief hoch, tief hoch. Schön nach hinten, sehr gut macht ihr das. Vier noch. Drei, zwei, zwei, eins. Gehen noch eins ab. Alles hin und gehen noch zwei, langsam nach oben. Eins ab, und zwei ab. Eins, und zwei ab. Einmal her. Drei, zwei, sechs, sechs. Perfekt. Jetzt drüft euch einmal. what the matter is. Drift euch einer auf den Weg. Hier machen gleich weiter mit ein paar Chronsches. Machen die in einen schönen Tempo. Garole vor. 1, 2, 1 und 2. Ah ok. Perfekt, sehr schön. Wir würden sagen, fangen gleich an. Die Hände sind hinter den Ohren. So ist es gut. Aufpassen, wir fangen an. So. Und den Augen schnell wieder ab. Wir kommen zu. Und ab. Noch fünf mehr. Noch drei. Der letzte. Wir haben ja die gute Chance. Wir kommen dann gleich wieder zum zweiten Satz. Aufpassen. Fangen an. Komm hoch. Und ab. Genau. Nach oben. Halt die Hände schön offen. Und ab. Genau. Aufpassen. Wir haben noch fünf. Aufpassen. Ihr haltet die Schulterbette. Knappen über den Boden. Zwei. Noch einmal. Zwei. Und abgehen. Wir machen auch wieder mal eine Rückenpause. Aufpassen. Und kommen dann gleich zum letzten Satz. Bevor wir reinkommen. Aufpassen. Noch eine Rückenpause. Aufpassen. Und aufpassen. Und aufpassen. Aufpassen. Zwei. 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 Wir machen eine kurze Pause. Zwei. 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 Aufpassen. Wir wechseln. Wechseln. Genau. Die Ellenbogen sind schön offen. Ich versuche die Schulter Richtung Knie zu ziehen. Jawohl. Halte dich offen. Links. Rechts. Halte durch. Hältst du schon mit dir? Gut. Links. Rechts. Ellenbogen sind offen. Ihr spürt die Spannung. Und aufpassen. Wir lassen die kurzen Tose. Geht ja weiter. Ja, weiter. Aufpassen. Wir kommen nochmal hoch. Wir rufen den Bein. Wir machen nochmal hoch. Wir nehmen aber einmal die Beine mit, dass du sie ein bisschen drauf schieben bist. Wechsel zu spielen ist einfach. Weiter noch mit dem Kitzkopf. Deine Ferse. Und aufpassen. Wenn du die Schultern möchtest, auch die Beine aufstrecken. Jawohl. Jawohl. Noch kurz durch.